Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem wahren Klassiker auf dem Game Boy Advance. Ein Spiel, was absolut aus der Masse heraussticht. Ein Spiel, welches absolut, wie die Amerikaner sagen, underrated ist. Ein Jump'n'Run der Extra-Klasse. Willkommen zu Heidi. Jetzt sagt ihr euch, läuft da gar keine Musik im Hintergrund so im Titelbild? Ne, haben sie sich gespart. Die haben alles ins Gameplay, alles in die Grafik reingesteckt. Wir starten jetzt rein. Neues Spiel. Und da geht jetzt die Musik auch los. Übrigens mit dem Walzer. Toll, oder? Also, neues Spiel. Ich habe hier unten schon mal ein bisschen vorgespielt. Es ist genial. Ja, kommt hier. Namen ist egal. Los geht's. Da ist Heidi, da ist der Almöi und da ist der Ziegenpetter. Großvater, guten Morgen. Hallo Peter. Was für ein herrlicher Tag. Guten Morgen Heidi. Du bist aber früh auf. Na, möchtest du heute mit auf die Weide? Au ja. Sogar lieb gerne Großvater. Komm Heidi. Ich möchte dir etwas zur Umgebung unseres wunderschönen Tales zeigen. Ja. Kommt aber keiner von den beiden mit. Und das ist das, was Heidi kann. Heidi kann springen. Und Heidi kann als Waffe pfeifen. Ja. Das klappt aber nicht bei allen Zielen. Nur bei manchen. Das muss man ja rausfinden. So, wir befinden uns im Tutorial. Wenig überraschend. Um nach rechts oder links zu laufen? Ja, das kennen wir schon. Also, wir wissen schon, wie wir mit einem Steuerkraut laufen. Wenn man doppelt anzippt, was gar nicht so einfach ist in dem Spiel, da rennt die gute Heidi und kommt schon direkt nach 10 cm ins Schwitzen. Und das funktioniert auch nicht so richtig mit dem Rennen immer. Aber naja, ist vollkommen egal. Jetzt erklärt er uns auch noch der Depp hier, der Ziegenpeter, wie wir springen können. Und hier, das erklärt er uns nicht, dass wir hier mit einem Doppeljumpen rüberkommen, beziehungsweise mit Anlauf nehmen. Aber vollkommen egal. Jetzt haben wir hier hübsche Blumen. Die können wir nicht sofort einsammeln, denn erstmal kommt... Was für hübsche Blumen auf den Feldern wachsen und diese klare Fischeluft hier oben. Ich fühle mich einfach wohl und glücklich. Hihihi. Ja, er lacht sich kaputt und sagt hier, Blumen kannst du ruhig einsammeln. Besonders die seltenen kannst du einsammeln. Das macht überhaupt nichts. Das schade zwar unserer Landschaft, aber was soll's. Wenn du die Blumen haben willst, bitteschön. Sieh mal, Heidi, da ist ihr Seidenlöckchen, unser kleines Geißlein. Hihihi, hallo du. Und hier einen wunderschönen guten Morgen, Seidenglöckchen, äh, Löckchen. So ein kleines liebes Geißlein. Ja, komm. Jaja, es hat mich gern. Jaja. Hier können wir nicht entlang. Oho, hier geht es wohl nicht weiter. Jaja, geht natürlich nicht. Das erklärt er uns auch. Also will er hier mit Anlauf nehmen. Und dann den Berg hoch. Und auf der anderen Seite will er runter. So ist es nun mal. So, dürfen wir jetzt auch ein bisschen spielen. Jetzt seht ihr schon, was sie für Probleme haben. Hier mit dem Double. Dash zu rennen. Na, jetzt geht's auf einmal. Achtung, Heidi, hier fällst du sehr tief. Oh nein, wie kommen wir auf die andere Seite. Auf einmal ist Heidi im Stimmbruch und das als Mädchen. Ja, etwas Anlauf nehmen. Okay. Das wird einem halt alles erklärt jetzt hier im Tutorial. Und jetzt sagt er uns auch noch, dass wir ja auch verschiedene Tiere treffen können. Und manche sind lieb, andere sind nicht so lieb. Wie zum Beispiel die Schmetterlinge. Die können wir einsammeln. Haben absolut keine Auswirkung. Ich weiß gar nicht, ob es da für Punkte gibt. Ja, Punkte gibt es immerhin für die Schmetterlinge. Ansonsten haben die keine Auswirkung. Yes, hier sind die schönen Blumen eingesammelt. Gucken wir uns mal hier oben um. Obwohl, ne, dann kommt der Ziegenpeter wieder und erzählt uns, äh, hier unten geht es nicht weiter. Hehehe, verdammt. Ja, gut, danke für den Tipp, Ziegenpeter. Hippie. Ja, das ist Heidi auf dem Game Boy Advance. Ein wunderbares Spiel. Ich glaube, insgesamt gibt es 30 verschiedene Level, die alle genauso aussehen wie die hier. Naja, kann man durchspielen, muss man nicht durchspielen. Aber warum nicht? Bin ich jetzt für eine Blume hier hochgeklettert? Hui. So, genau. Jetzt hat er gesagt, komm hier, äh, das waren jetzt die wichtigsten Sachen. Und komm, lass uns jetzt zur Herde gehen. Ich glaube, das haben die ja in den Filmen und in den Büchern immer gemacht, ne? Heidi und der Ziegenpeter sind immer zu den Schafen nach oben. Oh ja, ich fühle mich schon jetzt so wohl hier in der Natur. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr zu entdecken. Hihihi. Ja. Ab zum Levelausgang. Da sollte man meinen, dass sich dann die Musik ändert. Nein, tut sie nicht. Die läuft einfach so weiter. Level Nummer 01 geschafft. Weiter geht's in den zweiten Level. Jetzt denkt man sich, boah, kann direkt losrennen. Kann man auch, aber nur zwei Meter lang, dann fängt sie wieder ab zu labern. Großvater hat gesagt, ich sollte runter ins Dörfli gehen. Ja, ins Dörfli. Man sagt einfach ins Dorf. In den Oros oder wie auch immer. Und ein paar Sachen aus dem Lädchen besorgen. Dann mache ich mich mal auf. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hihihi. Ja, Heidi war schon immer ein glückliches, fröhliches Mädchen. Da haben wir jetzt einen Igel. Wenn wir pfeifen, wenn wir singen, fällt der Igel um. Und dann können wir es wie in Super Mario machen. Einfach auf den Gegner drauf springen. Das überrascht euch jetzt, oder? Ja, die fallen nicht um. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Man kann nicht die ganze Zeit pfeifen. Denn Heidi geht schnell die Luft aus. Liegt vielleicht daran, dass Heidi eine Raucherlunge hat. Man weiß nicht so genau. Und hier bei diesen Füchsen oder komischen Eichhörnchen, die machen gar nichts, wenn man pfeift. Die reagieren da gar nicht drauf. Ach, schnell weg hier. Ist auch vollkommen egal. Also, Eichhörnchen merken bei uns, reagieren nicht. Können aber auch Füchse sein. Ach, diese Musik, herrlich. Na, vielleicht war das ein Fuchs. So, einfach mal hier durchrennen. Ja, ich verpasse jetzt natürlich die ganzen Secrets in den Leveln. Für die jetzt wieder meckern. Und da habe ich jetzt übrigens ein Leben verloren. Seht ihr oben? Jetzt habe ich nur noch zwei. Gehört angeblich zu eins der, ja, leichtesten Spiele angeblich. Auf dem Game Boy Advance. Und das ist dann auch sowas von unfair. Der Fuchs, der versucht, einen immer aufzuhalten. Welche majestät ist der Wasserfall? Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Mach die Höhenluft. Ja, komm, Süße, spring mal da rüber. Ja, das ist natürlich auch wieder fair, dass man dann genau auf den Gegner springt. Und man wird dann ein kleines Stückchen zurückgesetzt. Und wenn man Energie verloren hat, habt ihr jetzt gesehen. Genau in dem Fall, ja. So, dass ich runterfalle. Das ist doch kacke. Ich würde jetzt vielleicht sagen, nee, das Spiel ist kacke. Hör auf. Kann doch nicht sein. Uah. Mann, rennen. Wie gesagt, rennen, dann rennen. Na. Ich werde euch aber auch noch den dritten Level zeigen können. Ja, da ist der Levelausgang. Ich habe es tatsächlich geschafft, bis hin in den sechsten Level zu kommen. Ich glaube, jetzt kommt so ein komischer Traumlevel. Nein, zumindest, nee, kommt er nicht. Egal. Springen wir mal kurz in den sechsten Level rein. Dann kommt wenigstens etwas, was ich auch noch nicht kenne. Ja, und Vögel natürlich. So, mal eben laden hier. Lad, 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 lad. Und dann geht es in den sechsten, nee, sogar in den siebten Level rein. Ist das nicht genial? Ich möchte mal sehen, was ich schon für euch alles freigespielt habe. Jetzt ist Heidi oben auf dem Berg. Jetzt wundert ihr euch vielleicht. Na, wollt sie nicht runter ins Dörfli gehen? Ja, wollte sie auch. Obwohl, sie hat sich dann kurzfristig entschlossen, was weiß ich, auf den Gipfel zu kraxeln. Da vorne sind aber viele Schluchten. Ich muss ganz schön auf meine Schritte achten. Äh, komme ich hier raus, wenn ich hier runtergehe? Das wäre ja echt der Knaller. Ja, hier komme ich noch raus. Der reagiert überhaupt nicht, der Vogel. Das ist wieder mit diesem Double Dish. Das ist sowas von ekelig. Dann mal auf ihn drauf springen. Sehr schön. Okay, dann ist das jetzt so ein Jump Level hier. Den keiner mag. Aber immerhin haben wir hier ein Herz Pop-Up. Und falls ihr euch fragt... Oh mein Gott. Den Vogel kann ich gar nicht kaputt machen. Sehr schön. Mein Gott, was ist mit der Kamera los? Die ist tatsächlich so... Ja, praktisch schon hektisch. Oh, komm schon. Das reicht nicht darunter. Ohne Anlauf. Na gut. Dann halt mit Anlauf. Was soll's. Ah, Heidi, du sollst rennen. Mensch. Du kleine Göre. Mann. Und nicht in den Vogel reinrennen. Das weißt doch jedes Kind, dass das nicht gut ist. Ach ja, der reagiert ja wieder nicht. Guck mal, auf den kann ich drauf springen. Boah, das mit der Kamera, das ist echt der Wahnsinn hier. Wie die ruckelt und zuckelt. Also, wie schon gesagt. Da hat es sich gelohnt für die Entwickler. Oh, wird ein Leben verloren. Auf die Titelmusik zu verzichten. Dafür haben sie alles in die Steuerung, ins Spiel, in die Grafik reingepackt. Immerhin ist der Hintergrund richtig nett. Da kann man nichts sagen. Davon sollen dann noch knapp 23 Level kommen? Na, Prost Mahlzeit. Ach, jetzt rennen sie wieder nicht, die Kleine. Kein Wunder, dass du ein Waisenkind bist, Heidi. Meine Eltern haben sich wahrscheinlich das Leben genommen. Okay, das war jetzt fies. Nein, habt ihr das gesehen? Warum wird man dann wieder ein paar Zentimeter zurückgesetzt? Ich verstehe es nicht. Lass mich doch einfach an der Stelle weitermachen. Wie in jedem anderen Jump'n'Run auch. Scheiß auf die Blumen. Und auf den Fuchs Kahn kann man auch nicht drauf springen. Hui! Ja, da springt man einfach mal ins Leere. Äh. Weil es ist so schlimm, wenn das kleine Blach hier keinen Anlauf nimmt. Boah. Ein Level aus der Hölle. Ich weiß ehrlich nicht, wer sich gedacht hat, dass das eines der einfachsten Spiele auf dem GBA ist. Wahrscheinlich mit Geduld kommt man hier durch, aber... Boah, nee. Mit der Musik im Hintergrund, mit dieser wackeligen Kamera, das kann doch kein Mensch durchspielen. Aber egal, ich kann auch nicht aufhören. Also spielen wir nur ein Level. Ach, das wird einer von diesen Traumleveln. Praktisch ein Bonuslevel. Da braucht man nichts anderes machen, als... ...wenn sie es jetzt machen würde, zu rennen. Und dabei ein bisschen springen. Ja, total spannend. Wir rennen einfach von links nach rechts. Hier sind wenigstens keine doofen Tiere. Und wir können gut Bonuspunkte einsammeln. Willst du jetzt ein extra Leben bekommen? Sehr schön. Ja, dann rennen wir halt zurück, wenn der Level zu Ende ist. Egal. Wolkentraum 02. Auch erfolgreich beendet. So. So, komm Maus, hast du uns noch was zu erzählen hier? Vermutlich nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, die sollte doch runter ins Dörfli gehen. Warum rennt sie immer noch hier in den Bergen rum? So, alleine. Ist ja gerade erst angekommen beim Almöi. Oder Alpöi, wie hieß der nochmal? Ne, Almöi, ne? Hihihi, wie geht es noch höher? Äh, wie weit geht es noch höher? Wie weit es noch höher gehen mag? Äh, gehen mag hoch, wie weit tun? Vollkommen egal. Wen interessiert denn das? Brauchst du nur nach oben gucken, dann siehst du auch, wie hoch der Berg neu ist. Oh. Was für ein Level-Design. So, und hier springen wir auf die Birne. Naja, ich würde sagen, lassen wir es gut sein. Das war Heidi auf dem GBA. Knaller. Ist dann, glaube ich, 2004, 2005 rausgekommen. Damals, als Heidi neu verfilmt wurde. Ob ich hier über die Wolken klettern kann? Hey, ich kann da unten das Dörfli sehen. Hihihi. Und über jeden Scheiß lacht die. Okay. Ja, das ist wieder sehr fair, dass das Viech dort steht. Ja, dann kommst du auf die andere Seite. Mann, lass mich doch in Ruhe. Da, ja. Wie ist es denn? Ja, ja. Sag mal. Mann. Boah. Nein. Immerhin gibt es ja Hüpfpilze. Ja, toll. Hallo, Kamera. Kommst du mal mit nach? Oh, hier ist der Level-Ausgang. Egal, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich bleibe jetzt hier stehen mit Heidi. Und ihr dürft euch noch ein paar Minuten lang die Musik anhören. Aber an der Stelle verabschiede ich mich schon mal von euch. Das war Heidi auf dem GBA. Fucking awesome. Fucking awesome. Und ihr dürft euch jetzt noch die Musik anhören. Ich bin raus. Ich erzähle nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. as Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt sind wir wirklich raus. Ciao!